Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online Zusammen mit dem kompletten Freedom Squad Lasst ne Bewertung da und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß Jetzt schnappt euch die Punkte Da vorne und rechts ist eine abgeschnossene Tür Wenn die jemand hacken kann Ich hol Geld Ich hack die Tür Oh ja, ich hol, ich schnapp mir auch Ich schnapp mir auch Ja, ich klick so schnell ich kann Hör auf meine Finger Ich krieg alles hier Ich auch, schneller Leute Ey, wie wenig Zeit man hat Ist hier noch was drin? Ne, hier in dem Ding ist nichts mehr 2,1 Millionen ist das Maximum Also holen wir jetzt 2,1 Millionen, okay Meins ist leer? Ja, ich hab eine Tür gehackt Sehr gut, sehr gut Okay, bei mir ist jetzt auch leer Ich hack hier auch mal eine, ja, muss ich scheinbar Ah, warte, hier? Ah, ich hack Wie geht das, Zommel? Du musst alle vier Dinger finden, die zu dem Fingerabdruck passen Oh Gott, das check ich doch wieder nicht Was? Du hast da so einen Fingerabdruck Dahinter sind zwei Gelddinger Nein, dahinter sind zwei Gelddinger Wir müssen da rein Dann lass mich hier erklären Ich check's nicht Okay, ich versteh's nicht Ey, du hast einen Fingerabdruck unter Links Bilder Und die Bilder müssen mit dem Fingerabdruck übereinstimmen Also manche falsch und manche richtig Ah, ja, okay Vier Stück musst du finden, die passen Ich hab doch vier jetzt Ja, dann drückst du noch eine Taste zum Bestätigen Ach so Dann überprüfts ob's stimmt Ach da, Überprüfungsstaben Ah, Signal Error Scheiße, das versteh ich nicht Heck Ausweh Nee Du lichtest? Ach über Prüfungsstaben Ich mach abdreht Und Heckfails 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 Ach, geht rein Wie geil Müssen wir jetzt wieder raus? Ja, wir müssen jetzt wieder raus Wie kommen wir denn hier raus? Ja einfach da wo wir reingekommen sind Achso Guck mal, du hackst ja. Nervengas. Oh Gott, raus, raus, raus. Okay, raus, raus, raus. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben 1,4 Millionen. Nein. Wir haben unser Leben, Leute. Scheiß auf Leben. Oh mein Gott, tut das weh. So, Ausgangsschalter, Nummer 1. Oh ja, ja, ja. Ja, keine Ahnung. Da hab ich gar Bock drauf. Hallo? Ah, reinstecken, okay. Ja, mach doch. Hammer, Hammer. Ja, nochmal. Wir müssen ja gleichzeitig. Jetzt drück. Ja, es geht grad nicht. Ah, es geht, okay. Jetzt, ja, ich geht. Nein, nein, nein. Was dauert da so lange? Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, kein Problem. Bis das Menü kommt. Ich kann jetzt schon wieder drücken. Warte, sag wahrscheinlich, wenn du wieder kannst. Ja, die ganze Zeit. 3, 2, 1, go. Das drückt auf einen. Ja, mach doch einen Timer. Nein, einfach. Warum sagt einer nein, Mario? 3, 2, 1, äh. Ich versteh's auch nicht. Wir haben gerade gleichzeitig gemacht. Weil meiner jetzt ausrastet. Ich weiß es nicht. 3, 2, 1, äh. Leute, das Gas kommt immer näher. Das war genau gleichzeitig. Ah, yes. Oder? Ja, geht doch. Was war das denn, Alter? Alter Schwede. Wir sind die besten Einbrecher der Welt. Ich glaube, man muss auch nacheinander und nicht gleichzeitig. In dem kleinen zweiten Zeitfenster. Aber egal, wir haben's. Ja. Unsere Beute. Und 1,4. Und wenn nicht noch 600.000 oder so abgezogen. Ja. 700 fast. Wäre gut. Es tut, dass die Spielhalle nur über eine Million gekostet hat. Der Raub lohnt sich. Ach so, wenn die Reisetasche beschädigt werden, kriegen wir so Geld abgezogen. Ja, ja. Wir verdienen Geld. Oh mein Gott. Leute, holt eure Waffen. Oh nein. Ich hab Geld verloren. Ja, dann heb's auf. Das kann die Engine nicht. Okay, den hab ich gut erwischt. Verstell dich vor, wir wären nicht entdeckt worden. Wie geil wär das? Ja, das wär geil gewesen. Ja, aber war absehbar, oder? Aber ich wollt grad sagen. Kann doch nicht Schleiche von uns verlangen. Äh, hier. Können wir da links nicht wieder zurück? Ich spiele auch hier kein Assess. Hä, nein. Wir müssen doch den Ausgang nehmen, den wir hier ausgewählt haben. Ja, aber hier ist doch ein Fahrstuhl. Fahrstuhl gibt es nicht. Über die Abfallentsorgung sollen wir raus. Ja, Maudato. Abfallentsorgung. Ja, alles klar. Mach doch nicht diesen. Oh Gott. Der war aggressiv. Schlüsselkarte. Oh. Schlüsselkarte. Ja, ich mach. Okay, ich kusche mit dir. Jetzt lass doch mal den armen Mann da auf. Hör auf. Der hat uns angegriffen. Oh. So, jetzt nochmal über die ganze Map fahren. Oh Gott. Da sind da viele. Ich will da nicht raus. Können wir wieder runterfahren? Wir verlieren alles. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Oh Gott, da ist wieder einer. Schön ballern. Schön ballern. Ach, der kann man nicht reinballern. Hä, was macht der? Hilfe. Ich hab den einen hier. Hä, wo seid ihr? Hilfe. Ja, wir kommen da links. Ja, sieht so aus, ne? Oh, ich muss nachladen. Oh Gott, ich sterbe hier. Ich sterbe hier. Wo bist du? Wo seid ihr? Wo bist du, Maudato? Wo seid ihr? Hilfe! Ich bin alleine. Aber geht's hier weiter? Ja, iss mal was, Maudato. Da, da kommt welche. Ja. Okay. Ich geh hier gegen die Wand um etwas. Ja. Gönn dir was. Okay. Ganz ruhig. Ab, abgegessen. Was ist denn los? Hier haben wir 36 Mal in die Leute reinschießen. Dumme, ey. Ich geh nur sicher. Hier ist irgendeine Tasche. Ja, unsere Waffen sollten irgendwo hier sein. Ah ja, stimmt. Ja, hier drin. Aber mit der Pistole ist so lustig. Hä, da war eine Waffe drin. Hä? Ah ne, wir haben alle. Jo, wir haben Waffe. Okay, verlasse das Casino über die Abfallentsorgung. Oh Gott. Oh Gott. Immer schön ins Gesicht. Ja, ja, ich probier's. Hat geklappt. Palette, iss mal was. Ja. Du bist gleich down. Ja, warte. Äh, ich werd hier aber auch angeschossen gerade. Du siehst. Ich wurde nicht ang... Ich wurde nicht... Ich kann nichts essen. Ich kann nicht auf M drücken. Komm, 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 komm weiter. Komm weiter, komm weiter. Hier ist clean, hier ist clean. Okay. Der war ein Mann. Der hat mich... Der wollte mich angreifen. Nein. Nicht dich. Oh. Achso. Oh, hier ist der Müll. Deine Heimat. Mann, du komm mal in Pause. Ja, oh. So, bin auch da. Hey, Jungs. Lass doch mal ne Freundin in Ruhe. Müssen wir jetzt hier rauf? Ja. Ne, wir gehen in den Abfall rein. Das war gerade alles ein bisschen buggy bei mir. Ja, irgendwie hat sich auch gelöst. Oh. Oh, oh. Scheiße. Für 1,3 Millionen kommen die Bullen. Okay. So viel kostet das nicht mal ne Hautfluss. Oh, wo sind unsere Flucht? Da sind unsere Fluchtfahrzeuge. Oh Gott. Sie schießen. Oh Gott. Einfach lau... Ey, das ist sowas von unser Ende. Ey, von wo schießt der denn? Der schießt durch den Busch. Aber Aim-Bot. Ey, lauf doch mal schneller. Ja, das Geld ist so schwer. Ja, klar, die 2 Cent. Ja, dann schädelt er ja wieder auf. 2 Cent. Okay. Wie kommen wir denn hier rüber? Ah, hier. Gar nicht. Ah, drüber schieben. Können wir da durchhüpfen? Ja. Wir können drüber öffnen, ja. Ach, was? Ja, ja, ja. Geil. Ah, nein. Wollen wir nicht andere Autos nehmen? Nein, die sind super. Die sind ja mega gut, ey. Richtig krass. Also wir sind da... Ich glaube zumindest sind wir sicher. Alter, wenn du jetzt drauf gehst hier, wenn du da reinläufst. Ja, ich. Steig mal bei Palle ein. Okay. Manu ist sicher einfach unser Geld. Okay, dann mach ich. Ist mir egal. Der ist mir kommen dann egal. Wir haben... Verfolgt ihn. Verfolgt ihn. Wir müssen den Berg, glaube ich, hochfahren mit den Autos. Sonst... Oder für was sind die sinnvoll? Ich glaube, wir können über alles gut fahren, ja. Also ich fahr jetzt die Strecke... Wollen wir ja nicht erstmal die Polizei erfangen? Ach, Quatsch. Haben wir nicht, glaube ich. Wir schaffen noch in 7 Kilometer. Bestimmt kann man das. Ne, ich denke nicht. Mit Cheats schon. Busterhacker, wenn wir ihn brauchen. Ja. Ja, die Mission kommt da Gott sei Dank nicht rein. Und da auch. Ich hab einfach nur ne Pistole hier in dem Auto. Wie wir auch einfach so absurd langsam sind. Das ist unser Flugfahrzeug. Wir können halt auch... Ja, alles klar. Komm Pallette, wollen wir echt den Berg hochfahren und die Cops abschütteln? Obwohl. Ne, wir haben 7 Kilometer noch vor uns. Ich hab keine Ahnung, ob's geht. Probier uns ruhig. Pallette, wir hängen die Cops ab. Das ist die Taktik. Ja, müssen wir denn über... Also... Macht das denn Sinn? Nein, nein, nein. Geh einfach den Weg, den offiziell. Junge, vor allem mit dem Auto. 7 Kilometer. Ah, der Schütze ist dein Lokvogel. Dein Fahrnungsleven nimmt mit der Zeit ab. Ah, wir müssen zu einem anderen Fahrzeug fahren. Ah, und die Cops dürfen es nicht sehen. Okay, ja, da ist so ein Wechselsymbol. Wie cool, wir haben echt keine Cops. Ja, hier auf der Strecke gerade. Der Lokvogel arbeitet gute Arbeit. Da kommt ein Helikopter. Ja, der zählt nicht. Aber der will nicht uns, der will Pallette. Toll. Das ist echt schön. Richtig auch nicht, mir passt hier gar nichts. Warte mal, mal gucken auf... Ah, oi. Ich freue mich richtig auf die 300.000, die ich gleich bekomme. Ich freue mich auf die 200. Ihr müsst ja auch noch die Steuern abziehen, Leute. Was für Steuern? Wow. Dann schreibe ich hier eine Steuererklärung rein. Casino raus. Das Auto, was wir als Fluchtfahrzeug haben, habe ich mir vor der Mission gekauft. Das hat 2,4 Millionen gekostet. Warum hast du das gekauft? Weil das ist ultra cool. Das heißt, wenn wir einfach nur die beiden Autos verkauft hätten, hätten wir viel mehr Geld gemacht. Okay. Warte mal, wir haben jetzt nur noch drei Sterne. Ich werde mal gucken, dass ich hier von der Straße runterfahre. Ja, von der Straße runter, ja. Ja, vielleicht kann man die... Ah Mist, wir haben Freak in den Topf. Ah ja, doch, 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 doch. Es blinkt, es blinkt, es blinkt. Oh mein Gott. Wir dürfen nicht links, da ist Wasser auf. Oh nein. Das ist doch egal, wir müssen doch nur umsteigen kurz. Boah ey, dieser Wagen. Ja, dann steige ich jetzt hier aus, komm. Ich fahre nicht damit durchs Wasser, mach den kaputt, den tollen Wagen. Da vorne kommt der Fluss, aber alles gut. Was kommt da? Im Fluss. Schaffen wir das? Ja, stimmt, schaffen wir das. Wir müssen hier auf die anderen warten. Okay, ich muss nicht auf die anderen warten. Sprung. Sprung. Ja. Sehr gut. Warte einfach hier, oder? Ah. Das ist ein Vierensitzer, können wir bei euch einsteigen? Ja, genau. Ja, komm rein. Okay, okay, okay. Okay, okay. Äh, ist es im Überkreuz ausgestiegen? Jetzt fahre ich euch doch, komm. Ja, mach so schnell ich kann. Also, ich... Wart ihr noch im Sichtfeld, der Cops? Nee, wir nicht. Wir hatten die ganze Zeit blinken. Okay, weil bei uns hat es auch geprüft. Ja, es hat jetzt irgendwie neu aufgeblinkt. Aber egal. Ich fahre einfach so ein bisschen offroad. Ja, ja, mach mal. Ja, das ist ein bisschen sehr offroad. Ja, klar. Ja. Wow, jetzt können wir sehen doch nicht. Da würde ich auch nicht suchen. Heute doch nicht fertig den Arm. Guck dir mal, wie der fährt. Ja, der... Der bringt uns hier raus aus dem Mist, Menge. Ich glaube, über die Schienen kann ich auch fahren. Ja, ja. Zugfolge. Oh, ja, wenn der Zug kommt, nimm den mit. Zugfolge. Casino-Zugfolge. Special Edition. Und wenn wir einmal... Ne, zweimal sterben auf dem Zug. Einfach instant vorbei. Nimm mal von vorne. Oh, wir hätten nicht einen Zug als Flugfahrzeug auswählen können. Das... Oh, wir haben sie verloren. Das ist echt cool. Nice. Ich glaube, du kannst die Schienen echt nehmen. Nimm einfach die Schienen. Wir sind jetzt der Zug. Wir sind die Zugfolge. Ah, ja. Passt wirklich. Ja, Manu, mach mal an für deine Zugfolge. Hey, Leute. Oh, ich weiß gar nicht, was die mit all dem Geld machen. Ich glaube... Oh, das sieht richtig schön aus. Ich glaube, ich bezahle meine Yachtweite ab. Das Auto hat eine richtig gute Botenhaftung. Ja. Oh, oh. Oh, nicht anfahren, nicht anfahren. Nein. Oh Gott, das war Johnny. Hier hatten wir auch mal ein bisschen. Das Edgar-Mobil. Könnt ihr fast noch die Geschäftsmänner angefahren hast. Oh, Mr. Mafia. Jawoll. Sehr gut. Vielen Dank. Gehen wir denen gerade das Geld? Haben wir ja gerade Geld gegen Geld getauscht? Ja. Ja. Geldwäsche. Oh. Oh. Oh, Brom, oder? Oh, Brom. Oh, Brom. Der kannte die Mission ja auch schon. Ja. Ja, aber vor du... 211 tatsächlich? Ich weiß nicht, durch was ich Platin hab. Vielleicht hab ich am meisten Geld gesammelt. Alter! 215.000. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt verdientes Geld? 215.000? Oh, man. Das ist ja echt nicht viel. Alter. Alter. Aber insgesamt haben wir 1,3 Millionen gehabt. Bevor den Abzügen. Vor Steuern. Bevor es die Hälfte noch geklaut wurde. Von Leicester. Warum gibt es nicht so einen Erstabschlussbonus von einer Million, wie bei dem anderen heißt? Stimmt. Ja, war voll nett. Waren wir jetzt für 200.000 eine Party am Ende? Ja, hoffentlich. Stimmt. Wir haben auch noch kein einziges Mal großartig gefeiert. Ja, wir müssen jetzt auch feiern. Also bei mir ist alles weiß. Ja, aber ich bin auch gerade im Himmel. Oh. 200.000. Komm zu mir, meine Brüder. Jesus. Oh, ich hör Autos. Oh, Gott. Alter, er sippt Champagne. Boah, schüpp sie runter. Oh. Ja, nimm eine. Oh, oh, oh. Sie ist eine Freundin. Ich verstehe, warum sieht sie so aus, als wäre sie aus einem anderen Spiel? Ja, jetzt küsst euch doch. Oh, der alte Spanner. Ich habe gesagt, dass wir alle gehen sollen. Mit meinem Finger. Nein, 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 nein. Oh Gott, sie stinkt. Was passiert da? Da hat er sie klar gemacht, die alte Player. So Leute, das war's mit der heutigen Folge von GTA 5 Online. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Schaut bei German Let's Play, Zombie und Maudade vorbei und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.